Mit wie viel Jahren hast du das erste Mal angeschafft, Alex? 19, 20. Ich empfinde das auch eigentlich als Arbeit wie Arbeit. Wenn jetzt ein freier herkommt, ins Warnungsviertel, wir hören jetzt ungefähr so ein Gespräch ab. Hi, ich bin die Alex und erzähle euch heute ein bisschen was von meiner Arbeit, vorher mit meinen Kunden und so. Ich kann da eigentlich nichts Schlechtes sagen, weil eigentlich ist jeder meiner Kunden, das ist auch mein Freund gewesen, ja. Ich mache das jetzt zwar nicht mehr seit ungefähr drei, vier Jahren, aber als ich nach Frankreich gekommen bin, habe ich das eigentlich gerne gemacht. Ich empfinde das auch eigentlich als Arbeit wie Arbeit. Und ich finde, man sollte auch, man muss auch, die sind auch für mich immer ganz normale Leute gewesen und waren eigentlich immer ganz nett und respektvoll zu mir, aber ich glaube, wie man in den Wald rein so rausährt. Und wie gesagt, ich habe die Arbeit eigentlich schon vor die Drogen gemacht. Und ich glaube, das ist der Unterschied, warum ich auch, ja, darüber so noch mal reden kann und auch sagen kann, dass mich das auch nie so gestört hat oder irgendwas, ja. Ich finde es halt Schwimmer, wenn die meisten Frauen, die sagen, sie können sich nicht vorstellen, das zu machen, sind dann meistens die, die wirklich nicht sich vorstellen können zu arbeiten, weil die ficken für ein Bier, die tun wirklich nicht arbeiten. Mit wie viel Jahren hast du das erste Mal angeschafft, Alex? Das war 2019, 20. Und ich sehe das einfach als ein Geben und Nehmen. Ich meine, der Mensch hilft mir, ich hilft den Menschen, ja. Und wie gesagt, es ist jetzt hier nicht für irgendwie 10, 20 Euro in dem Park, sondern jeder von den Menschen, wie gesagt, ist mir auch sympathisch und ist auch mein Bekannter gewesen damals. Und in dem Moment, wo ich da nicht mehr das Gefühl hatte, das zu machen, habe ich auch aufgehört. Okay, und jetzt, seit wann machst du das nicht mehr? Seit ungefähr drei, vier Jahren weiß ich. Ich weiß auch nicht, es war irgendwie so ein Klick bei mir. Wie erwirtschaftest du dann derzeit deinen Drogenkonsum? Ich tue meistens ein bisschen was zu verkaufen oder vermitteln. Ich bin jetzt schon ein Rentner, habe ich es schon ein paar Mal erwähnt. Ich tue jetzt eher so, das, was ich früher gemacht habe, tue ich dann eher so meistens andere Frauen vorstellen, so, super, was alte Nutten halt machen müssen. Hattest du auch mal so andere Erfahrungen mit Freya? Nein, und ich muss auch ehrlich sagen, dass, glaube ich, so wenig Frauen, die meisten Junkie-Braun, die jetzt was erzählen, ist es, glaube ich, nicht glaubwürdig, weil die erzählen zwei Tage im Keller gewesen sein und haben keinen blauen Fleck. Also ich glaube nicht, dass da so viel passiert, wie man sich das vorstellt und es ist auch nicht so schlimm. Na klar, gibt's so ekelhafte Leute, die dann sagen, Psst, kommst du, kommst du, aber man muss ja nicht reagieren. Man muss auch nicht sagen Ja zu etwas, was man nicht will. Also dieses, dieses komische Klischee so, oh, sehr ekelhafte Freiheit, die die arme Junkie-Lunde ausnutzt, es entsteht immer so eine Situation durch beide Seiten. Das kann ich ja gerne ausnutzen, wenn du nicht mitkommst, oder? Aber kamst du nie in so eine gefährliche Situation, wo es schon mal glänzlich für dich wurde? Wie gesagt, wenn du einfach, ich muss sagen, komischerweise, nein. Und wie gesagt, ich glaube auch von zehn Geschichten sind 110 Prozent acht gelogen bei den anderen Frauen. Aber ich glaube, das war bei dir so der Fall, dass du halt mit vielen vertrauten Personen das halt eher gemacht hast, oder? Nein, man muss ja jeden erst mal kennenlernen. Wenn du das erste Mal mit jemanden, Micky ist ja immer das erste Mal, oder? Aber du siehst ja, wer vor dir ist. Willst du das, was ich dir sagen will? Ja, klar. Wir laufen das ungefähr ab, dass sich die Zuschauer mal so ein Bild machen können. Wenn jetzt ein Freier herkommt ins Warnungsviertel, wir laufen jetzt ungefähr so ein Gespräch ab. Also wenn ein Kunde kommt, dann hat so ein Gespräch ganz normal. Man sagt sich, hallo, wie geht's? Dann frage ich, hast du Lust, was zu machen? Und dann redet man darüber, wo man hingeht. Draußen, Auto, Hotel. Keine Ahnung, Zeit. Nein, Spaß. Ja, und dann sagt man, wie viel das Zimmer kostet. Halbe Stunde, 20 Euro das Zimmer. Da spricht man darüber, was man machen möchte. Ja. Sprichst du eher die Männer an, oder sprichst du nicht die Männer an? Das ist eigentlich gegenseitig ich oder sie. Das ist gegenseitig, ja. Da kann man jetzt nicht sagen, ich mehr oder die Männer mehr. Was glaubst du, Alex, warum die Leute sich Frauen von der Straße suchen und nicht ins Laufhaus gehen zum Beispiel? Da gibt es zwei Gründe. Also es gibt auf eine Art dieses bisschen nicht so schön. Das sind eher so die Männer, die sich ein bisschen ihr Ego hochziehen wollen. Weil bei einer Junknote bist du immer oben. Oder sie einfach wirklich es dann doch günstig wollen. Oder auch für lange. Es gibt ja auch Männer, die sagen zu mir, kommst du mit mir nach Hause, hast du Essen, hast du Schlafen. Es gibt auch so Leute. Oder manche Leute, die einfach keine Ahnung. Zum Beispiel Leute, die rauchen wollen, ja, und was machen wollen. Die können ja nicht ins Laufhaus gehen, weil das wäre auch... Weißt du, was ich meine? Die einfach nur ein bisschen erst reden wollen, was rauchen wollen und dann was machen wollen. Das gibt die zwei Gründe. Es gibt ja auch Laufhäuser, die nennt sich so unter den Kunden A.O. Haus, alles ohne. Das gibt auch alles im Laufhaus. Man entscheidet das ja alles selber. Ich war vier Jahre an, ich habe mit 13 Jahren jung, habe nicht eine Krankheit bekommen, habe nicht eine schlechte Erfahrung mit anderen Kunden. Aber es kann auch gut sein, dass manche Leute jetzt nicht so sind, wie du jetzt zum Beispiel siehst. Keine Ahnung. Ich meine, es ist ja nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Man gibt eine Freie mit und dann schläft man mit ihm, sondern die haben ja auch andere Wünsche. Man muss ja zunächst ja sagen, was man nicht machen will. Definitiv, klar, klar. Aber was jetzt zum Beispiel vielleicht für andere dann vielleicht krass erscheint, ist für dich vielleicht nicht krass. Wenn ich mit vielen Leuten spreche, erzähle ich immer wieder zum Beispiel, keine Ahnung, ein Kunde wollte einfach, also der wollte jetzt keinen Sex haben, sondern der wollte einfach beispielsweise angeschissen werden. Es geht ja auch keiner anschaffen. Es war noch nie einer anschaffen. Es war noch nie einer für 10 Euro Blasen. Es ist so, keiner klaut, alle sind ehrlich. Soll ich euch sagen, alle Junkies sind tolle Menschen. Aber trotzdem tun die Freie immer wieder Fragen, kommt für 10 Euro in den Park. Das muss ja von irgendwo kommen, die Idee, oder? Wie läuft das dann ungefähr ab, Alex? Also geht man dann einfach in so ein Hotelzimmer, oder? Wie gesagt, einmal fällt man mit dem Auto auf den Platz, oder geht zur Hotelzimmer, oder geht ab in den Park. Dann sage ich, kann ich kurz kassieren, dann nehme ich das Geld. Ja, dann zieht man sich aus, und dann fängt man an. Wie ist es dann mit dem Preis? Hat man immer einen festen Preis? Ich glaube, wenn jemand sagt, der geht in den Park und blasen, da kann man sich nicht ausziehen, gar nichts, da ist 20 Euro okay. Wenn jemand sagt, der will ins Hotel für eine halbe Stunde, volles Programm, da finde ich, ist 40 Euro schon angemessen. Und wie kann man sich so ungefähr einen Freier, den klassischen Freier im Frankfurter Bahnungsmittel vorstellen? Was sind das so für Menschen, die hierher kommen? Der eine ist Banker, der andere ist Hausmeister, der andere arbeitet beim Tumark, der andere, einer ist Lokführer, ich weiß, was macht der andere, der andere, wie gesagt, er war im Tum, einer ist Lokführer, der andere ist Anwalt, alles Mögliche. Du hast doch im Laufhaus gearbeitet, Alex, ne? Nein, nicht im Laufhaus, ich habe erst mal Surrey gearbeitet. Mit Happy End? Genau, für uns beide. Ich hatte Geld, er hatte einen Orgasmus. Wenn es gut gelaufen ist, hat mir beide Happy End korrekt gesagt. Und den Laufhaus hast du nie gearbeitet? Nein, ich finde es zu teuer, 150 Miete. Würdest du sagen, eine Frau auf der Straße macht manchmal mehr Geld als eine Frau im Laufhaus? Kann man nicht sagen, ich glaube es ist gleich oder wenig. Weißt du, man braucht bei dieser Arbeit eins und das ist Sitzfleisch, das ist einfach nur warten. Das ist einfach ein Wartejob. Würdest du sagen, du hast es damals gerne gemacht, Alex? Ja, nein. Ich habe das gerne gemacht und hätte es ja nicht gemacht. Okay. Und jetzt machst du es nicht mehr gerne? Deswegen habe ich es gelassen, genau. Wie gesagt, manche gehen in die Disco jedes Wochenende und wachen neben dem anderen auf jedes Mal. Nach drei, vier, drei, drei sagen, oh mein Gott, ich war besorgt, das war ein Grunde, als denn. Und die anderen arbeiten einfach drei, vier Jahre. Dann danken wir dir vielmals für deine ehrliche Art und Weise, wie du das Ganze erzählt hast. Ja. Und wünschen dir weiterhin alles Gute. Und wenn die Leute irgendwelche Fragen haben, können sie die gerne in die Kommentare stellen. Die werden wir dann Alex beim nächsten Video stellen. Und hast du vielleicht noch ein paar Worte an die Leute draußen, Alex? Es wäre so toll, wenn ihr nicht ständig auf der Straße mit dem Finger auf mich direkt sagt, das ist die von YouTube. Oder hey, ich habe dich in YouTube gesehen. Es wäre echt so mega cool. Danke. Ganz wichtig, also für dich ist es okay, dass dieses Video auf YouTube gibt? Ja, ja, nee, das ist schon alles cool, ja. Ja? Es ist halt nur so, weißt du, wenn dann am Tag so 10, 20 Leute sagen, oh du bist auf YouTube, oh du bist auf YouTube. Und dann stehen Leute vor dir und sagen einfach nur, ja, ich habe dich da gesehen. Und dann bring ich mir so... Was willst du jetzt? Und was jetzt? Weißt du, dann stehen manchmal Leute neben mir und das ist auch echt scheiße in so einer Situation. Weißt euch mal. Ja, klar, klar. Also wünschst du dir auf jeden Fall ein bisschen mehr Privatsphäre hier auf der Straße? Ja, nee, das ist doch scheiße, Leute, oder nicht? Ich mache, wo das mit euch passiert. Ja, manche genießen das ja. Ich genieße das nicht. Ja? Ja, klar. Manche sehen das ja dann so, kann man sagen, ich habe Fans und sowas und freuen sich dann mega drüber. Was sagst du so dazu? Ja, ich, man kann ja sagen, ich sage doch nichts dagegen, dass man zum anderen sagt, hi, wie geht's, oder ich habe dich da gesehen, oder ich bin nicht toll. Aber dieses andere, ich habe dich doch über YouTube, das ist doch die aus YouTube. Das ist doch respektlos so, das ist die. Und dann beim Vorbeilaufen und mit Fingern zu sagen, das ist doch scheiße, doch beschissen. Ja, Leute, macht auf jeden Fall so ein Spaß. Ja, es gibt Leute, die filmen heimlich, wenn sie Klamotten verteilen. Ja, macht man auch nicht. Ja, macht man auch nicht. Und man schreibt dann auch nicht in die Videos oben, an Alex Klamotten verteilen, missgeboten. Auf jeden Fall filmt die Leute nicht heimlich, wenn ihr die filmen wollt, fragt. Genau. Wir machen auch mit Alex hier ein Video, wir haben sie ganz freundlich gefragt. Sie ist auch am Start, sie hat Bock drauf, so. Und wenn die Leute Lust haben, dann machen die mit, wenn die keine Lust haben, dann erzwingt das eine Zeit. Ja, aber die fragen ja gar nichts alle. Macht das auf jeden Fall nicht. Stellt euch vor, das wäre eure Mutter, eure Schwester hier auf der Straße. Ja, und du kannst hier nicht wehren. Dann sagt dir, was willst du, was willst du als Junkies nicht wehren? Macht auf jeden Fall nicht so eine Scheiße. Vielen Dank für deine Zeit, Alex. Wünsche dir alles Gute. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.